Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Adventskalender Video hier auf meinem Kanal. Der Lego City Adventskalender Türchen Nr. 7. Da unten links ist es. Wir schauen rein, was haben wir heute drinne. Die nächste Minifigur. Das ist ein kleiner Junge mit einer blauen Mütze. Grünes Oberteil, blaue Mütze und zwar eine Propillermütze. Ist das cool. Oh, der Propeller ist sogar dreimal drinne. Das ist einfach ein kleines Kind, weil wir haben die kleinen Beine hier. Die unbeweglichen und nicht zum Hinsetzen geeigneten. Dann haben wir das Kind mit einem Gesicht. Das blaue Käppi auf. Und ein Propeller oben drauf. Ist das lustig. Hat er in der Hand. Hat er auch noch einen kleinen Keks. Kann man ihn auf die Hand setzen so. Und fertig ist der kleine Junge mit der Propeller Mütze. Und den Keks in der Hand. Witzig. Zwei Propeller als Ersatzteile. Und natürlich auch einen Keks als Ersatzteil. Weil er seinen Keks mal verliert, hat er noch einen Ersatzkeks. Ja, das war's im Grunde auch schon. Ich hoffe das Video euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich über meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Dann der Hinweis auf meine anderen beiden Adventskalender Videos. Den zu Lego Harry Potter und den zu Lego Star Wars. Schaut da gerne vorbei, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, danke für das Einschalten. Und hoffe wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin, macht's gut Leute. Ciao.